Es gibt sie noch, die stillen Privatgelehrten auf dem Land, welche mit intensiver und akribischer Arbeit der Wissenschaft einen großen Dienst erweisen. Dieter Schubert ist einer von ihnen. Der Galerist für chinesische Kunst hat sich ganz der Erforschung der deutsch-chinesischen Beziehungen verschrieben und ist dabei auf eine Figur der Zeitgeschichte gestoßen, die ihn nicht mehr loslässt. Erich Paulun. Es gibt wenige Menschen, die auf so imponierende Art das Fundament für die guten deutsch-chinesischen Beziehungen unserer Tage gemauert haben, wie der 1862 im mecklenburgischen Pasewalk geborene Erich Paulun. Früh zum Vollweisen geworden, lernte Paulun rasch die Fähigkeit, sich im Leben zu behaupten und seinen eigenen Weg zu gehen. Zeitzeugen schilderten später diese Seite seines Charakters als besonders anziehend. Nach dem Medizinstudium eintritt in das preußische Militär und ab April 1891 Schiffsarzt auf einem der Ostasienflotte zugehörendem Kanonenboot. Bei mehreren Aufenthalten in Shanghai entdeckte Paulun seine Leidenschaft für die chinesische Kultur und die Menschen. Im Jahr 1899 Gründung eines Hospitals in Shanghai zur Behandlung vor allem der armen chinesischen Bevölkerung. Ganz der Tradition humboldtscher Aufklärung verpflichtet, aber selten im Zeitalter des Kolonialismus, behandelte Paulun den einfachen Chinesen nicht anders wie den arrivierten preußischen Offizier. Dieser Charakterzug hat die chinesische Bevölkerung tief beeindruckt. Aus der Hospitalgründung des Erich Paulun hat sich über die Zeitläufte hinweg die heute noch international renommierte Tongji-Universität in Shanghai sowie das Tongji Medical College in Wuhan entwickelt. Beide Institutionen erfreuen sich in der modernen chinesischen Gesellschaft eines guten Rufs und bilden gleichzeitig eine wichtige Keimzelle für die guten deutsch-chinesischen Beziehungen. China hat sich innerhalb von nur drei Jahrzehnten in atemberaubender Geschwindigkeit und bewundernswerter Dynamik zur zweitgrößten Volkswirtschaft weltweit entwickelt. Experten bezweifeln nicht, dass das Riesenreich in Südostasien sich auf dem besten Weg befindet, einmal wieder die Nummer eins zu werden. Eingegraben in Berge von Dokumenten, Zeitungsausschnitten und Fotos arbeitet Schubert an einer Biografie über Erich Paulun, die bald erscheinen soll. Bei seinen Recherchen ist er auf neue, der historischen Forschung nicht bekannte Details aus dem Leben Pauluns gestoßen. Chinesische Medizin ist jetzt 100 Jahre später in aller Munde und sie ist anerkannt. Paulun hat das damals schon getan. Denn das, was da an Material zusammengekommen ist, ist so umfangreich. Es ist eigentlich zu viel für ein Buch, aber man kann die Persönlichkeit von Dr. Paulun in den Mittelpunkt stellen. Und das Nachvollziehen, es ist auch ein Weg, sich mit China anzufreunden. Aber die chinesische Kultur hat es unverändert gegeben, seit den Anfangen unserer Kultur. Unverändert bis heute und die wird auch so weiter bestehen. Das Erbe Pauluns hochhalten, das tut auch sein Berufskollege Prof. Dr. Medpaul Gerhard. Der ehemalige Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg und Emeritus der Technischen Universität München ist der Gründer des Erich-Paulun-Institutes. Bereits in den 1970er Jahren hat der Mediziner erste Bande nach China geknüpft, die sich seither stetig verfestigt haben. Ob als Berater von Kanzler Helmut Kohl oder als Förderer des interkulturellen und wissenschaftlichen Austauschs mit China, Prof. Gerhard hat das Reich der Mitte, wie manch anderen, nicht mehr losgelassen. Das Erich-Paulun-Institut fördert junge Menschen, die sich mit dem Land befassen wollen, auf vielfache Weise. China at School heißt ein Programm, das sich an Schüler wendet, welche die chinesische Sprache erlernen wollen und soll auch deren Eltern ermuntern, ihre Kinder bei diesem Ansinnen zu unterstützen. Für den China-Profi, der sehr wohl um die Schwierigkeiten weiß, diese so ganz andersartige Sprache zu erlernen, überwiegen dabei die langfristigen Perspektiven. Wenn man den Schülern und deren Eltern überhaupt mal klar macht, welche Bedeutung China für den deutschen Markt hat. Große Unternehmen, deutsche Unternehmen machen 20 bis 30 Prozent ihres Umsatzes in China und ihr Gewinn ist bis zu 40 Prozent in China geriert, sodass wir also den Kindern und den Eltern klar machen müssen, dass für die Zukunft der jungen Menschen China eine bedeutende Rolle spielen wird. Ein weiteres Angebot des Erich-Paulun-Institutes richtet sich an Studenten. Die Gründung von deutsch-chinesischen Studentenclubs an wichtigen deutschen Universitäten soll einerseits das Verständnis für die jeweils andere Kultur intensivieren, Freundschaften unter chinesischen Gaststudenten mit ihren deutschen Kommilitonen fördern und darüber hinaus durch eine Reihe von Veranstaltungen das Miteinander gestalten. Hierzu zählen Werksbesuche, Vortragsabende, gemeinsame Ausflüge oder gesellige Events. Jeder Studentenclub hat einen Tutor, der dieses koordiniert und Ansprechpartner ist. Für Institutspräsident Prof. Gerhard steht dabei, ganz im Geiste Paulunz, der gegenseitige Respekt und die Freundschaft im Mittelpunkt. Das sind ja schon primär junge Menschen, die offen sind für eine solche freundschaftliche Verbindung. Und wenn es diese Clubs an möglichst vielen Hochschulorten geben wird, werden diese auch Beispiel geben für Nachahmer. Und beide Seiten werden bereit sein, den anderen mehr zu akzeptieren und ihm zur Seite zu stehen. Denn aus diesen Studenten werden eines Tages Unternehmer oder Diplomaten oder Künstler oder Wissenschaftler. Und wenn diese schon als junge Menschen diese freundschaftlichen Verbindungen gepflegt haben, werden sie die fortsetzen und auf dieser Basis sehr erfolgreich sein. Die Angebote des Erich-Paulun-Institutes werden von den Lernenden und bisweilen auch von den Lehrenden dankbar aufgegriffen. Und so wird Mitte dieses Jahres, wenn der Institutsgründer die Stafette an seinen Nachfolger Prof. Schmidt-Linser in Tübingen übergibt, auch etwas vom humanistischen Geist Erich Paulunz von der Isar an den Neckar verwandern.